Heutzutage befinden sich in modernen elektronischen Geräten integrierte Schaltkreise, kurz ICs. Da jedes elektronische Gerät Störungen aussendet oder von anderen Geräten empfängt, müssen Elektronikhersteller elektromagnetische Verträglichkeitstests durchführen. ICs schon in ihrer Entwicklungsphase zu untersuchen und zu optimieren, ist eine der Kernkompetenzen von Langer EMV-Technik. Mit dem IC-Testsystem und dem IC-Testautomaten von Langer können Schaltkreisprobleme schon während ihrer Designphase beseitigt werden. Das ist für Prototypenentwicklung gedacht, für die IC-Hersteller, die dann ihren Schaltkreis noch verbessern möchten, um die EMV-Eigenschaften zu verbessern, was sich dann aus ihrer Sicht als Wettbewerbsvorteil darstellt. Der modular aufgebaute IC-Testautomat ist das weltweit erste System, das ermöglicht, integrierte Schaltkreise unter Funktion zu testen. Für die Hersteller ein großer Gewinn. Die Kosten werden spürbar minimiert, die Entwicklungszeit erheblich verkürzt.